Also ich fände es natürlich schön, wenn olympische Spiele in Deutschland stattfinden, aber ich muss sagen, dass es für mich wichtiger ist, sozusagen die olympischen Werte, die dahinter stehen, dass die auch gelebt werden in Deutschland. Und das ist Toleranz, Fair Play, dass man was voneinander lernt und aufeinander zugeht und diesen Austausch hat mit verschiedenen Kulturen und verschiedenen Sportarten und dass auch am Ende des Tages auch was für die deutschen, sage ich mal, für die deutsche Bevölkerung zurückbleibt und dass es einen regenden, positiven Einfluss hat. Ich denke auf jeden Fall, dass diese European Championships ein Schritt dahin waren und es ist schön, dass darüber nachgedacht wird und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn man das eben dann auch mit Herz füllt. Ich denke, dass München gezeigt hat, dass es geht, dass es Spaß machen kann, dass es gigantisch ist und auch, dass auch das Publikum und auch die Bürger und Bürgerinnen das einfach auch annehmen können. Und von daher glaube ich, es war eine gute Chance und hoffe dann auch, dass die Chancen auf Olympia in Deutschland größer geworden sind. Es wäre gigantisch. Also man hat ja gesehen, wie voll der Olympiapark immer war. Da gab es jeden Tag einen Naschdopp, weil tausend viele Menschen drin waren und das zeigt einfach auch, dass die Menschen Sport cool finden und auch, dass es das ganze Drumherum einfach auch gepasst hat. Da gab es auch zu viele Sportveranstaltungen und zu viele Sachen, wo man auch Sport ausprobieren konnte. Also ich glaube, so sollen wir es auch machen und von daher bei Olympia noch was Tolleres. Also want's tocha! Okay. Ah! Und daher be広! Die Useiges als Möbelen verbringt? Ja!